bietburg also ich hatte bis jetzt erst einen einzigen pack und das war auch nur ein grafik packen es war nur ein grafik pack wer nicht also ich hatte bis dato noch keine probleme ich spiele volle pulle es läuft flüssig also bis auf jetzt mal so wie eben gerade die kleinen lexter aber die sind auch sehr selten also ich hatte jetzt noch nicht wirklich riesig große probleme also das hier war da kann ich euch jetzt zeigen dass der einzige bag den ich bis jetzt hatte dass die waschmaschinen fehlen wer hatte ich noch nicht doch hatte ich doch vorhin ein klein als ich neu geladen habe ist bei der sound ganz komisch da muss das spiel neu starten aber war jetzt auch nicht weltbewegend ist come in and take a seat i'm sorry to inform you that we have all the test subjects we'll need for tonight but you're welcome to fill in your information now and come back tomorrow a guard is waiting outside the door he'll support you after the building help yourself to an apple i do need my vitamins ich hoffe der pen pennt er auch geil wir hätten noch einfach durchs fenster gehen können naja heck so jetzt lass uns mal ganz kurz die informationen zusammenpacken wenn ich eben gerade vorhin doch so war hier noch was anderes zum aufheben oder doch scheiße das lag auf der toilette doch mal Oh shit, oh shit, oh shit. Nein, kein Problem, Chad. Hey, those exercises don't do anything to that shoulder of yours. Erkter ist nicht hier drin? Nee, tatsächlich nicht. Hey, get a load of Einstein over here. Oh, 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 oh. Wir waren hier noch nicht. Oh 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 Gott nein, ich hab mich gerade hingestellt. Oh! So, wir müssen noch einen Stock weg, ja. Ja, wir müssen noch einen Stock weg, ja. Komme ich von hier da ran? Ja. Können wir nämlich die... Ich hab'n lag, yes. Genau. Dann haben wir nämlich hier jetzt die mögliche E-R-Rolo. Es funktioniert. Ja. Ja. Er kreiert den perfekten Primer für re-wiring die E-R-Rolo. Wir müssen die E-R-Rolo. Wir haben diese Phase mit solchen Resultaten. Event-Horizon, hier sind wir. Ja. Da steht noch Gift auf dem Tisch. Das ist bestimmt nur Untertauben, ne? Ne, sabotieren. Das sind die E-Rolo. Kiochen? Äh, wir müssen uns wieder aufpassen. Und wir müssen hier einmal aufpassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß nicht Hier können wir auch nichts machen Wie geht das denn? Das ist eine Ablenkung 2, 5, 5, 2 Oben war keiner Wir gucken uns mal hier um Kamara sind aus Oh 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 H109 Signal strength 40% confirmed Test prep Calm on This is my chance Why can't I just do it If I do that Suppose this can save my family I need to think of my family I need to think of my family Identify memory marker 90 Amplify Amplify Link memory marker 40 Load together Auto control 44 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 14 14 15 16 16 15 Gut, gut, gut. Gut, gut. Okay, das wär's. Alles in Ordnung. Okay, das Brechmittel zündet halt mal gar nicht, ne? Okay, final test subject. Good. A good specimen to conclude this phase. We'll get started when Sister Leigh is here. So, the test subject came to his senses, I see. Good. Sister Leigh? Yes. We're about to perform the final test of this project phase. Hey, Flipp, moin. Okay. Okay. Ich hab keine Ahnung, ob wir jetzt irgendwas machen. Vielleicht töten wir ihn jetzt mit unseren Gedanken. No. I mean, no, there's no need. The subject is clean. Cooperative. I was thinking 25% and then adjust, if necessary. 60% is minimum. We'll get no motor control below. And I'm not wasting my time. But... 60. Log concluding experiment. Page 109 initiated. Run calibration 60%. Signal strength 60% confirmed. Wir müssen die Sicherung noch reinmachen. Load suggestion. Motor control. 44.1. Execute. The signal's too low. Shhh. I need to focus. The signal's too weak. We'll get nothing like this. We'll get nothing like this. Go to 100%. It's not safe. You've been working too hard. With your condition, it can cause you real physical harm. It's safe. You're strong. You can overcome it. 100%. 100%. Do it. Log. Continuing experiment. Page 109. Run calibration 100%. Page 109 initiated at 100% signal strength. Now I'll see the odds. Identify impulse strength. Load suggestion. Motor control. 44.1. Execute. We need to go higher. Come on. Do this. I had nothing. He is a strong one. I can get to him. Just need to focus. I hope we... I don't know if we can kill him. I think we need to focus on the security of him. We need to go higher. It'll kill him. It's already way beyond reasonable intensity. This subject is abnormally resistant. He's going to watch for Hush. Nothing worth shit ever came to be without pain. I'm calling it quits, Hush. You need breath. Okay, okay. A short break. I'll return with a clear head. No! Damn that assistant. If they up the signal, it will kill him. Stay put or stay close. I want you in a chair when Hush and sister Leigh return. I'll stick around. Oleg? Who wants to hit Garnix, man? Ich muss da in der Sicherung reinknallen. Aber ich hab keine Ahnung, wo ich eine finde. Oh, shite. Okay. 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 This is a big return. Boys! Zufällig? Irgendwo... ...der scheiß Brechmittel halt auch nicht gewirkt hat... ...in dem Raum hier... Aaaah... ...dial... Tja, wo finden wir jetzt die Zielung? Ich weiß nicht, ob wir das halt ohnehin kriegen. Ich kriege die Sicherung heute, ich saß nicht. Herr, wenn Sie nachher kommen müssen, werde ich Sie unterbrechen. Ich bin manchmal überrascht. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Da war auch keine Sicherung drinnen, nirgendwo. Da geht's zum dritten Stock. Da draußen sind die Satellitenschüsse. Hier war aber auch keine Sicherung. Das ist ein Schuss. Hartmann ist wirklich brillant. Re-targeting motor-impulse-control-to-memory-re-collection, wenn es funktioniert, kann man den Subjektions-Motions-Motions-like-a-B-A-M-O. Ja. Biotech-reaching-its-full-potential. Wir machen historie. Was ist das, was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was sind die ginge? Nein! Ich also ausprobieren Sprachen, wo ihr seine Puppe kommt ein? Das ist das Wissen. Ich habe es gehört, dass er seine Implanten kann, um unsere Gehirn zu sehen. Wenn er blinkt, ist das, was er versucht zu machen. Bruce sagte, wenn ich es blinkt, sollte ich etwas gefährlich sein, wie ein Krokodil attackiert. Das würde ihn schrauben. Er hat dich auf. Ich habe es nicht in meinem Krokodil. Es ist nur in der Krokodil. Wow. Oh, that's okay. Okay, now... I need a security, damn shit! What the hell? Was ist das? Was ist das? Du hast das Bande mit der Persistenz? Ich kann das nicht sehr gut fühlen. Aber es bleibt nicht mehr in der bewegung, wenn es sich aufwachen. Sehr schön, infly. Das freut mich. Das freut mich sehr. Die Firma Sauerkraut hat sehr guten Zuford. Meine Knie ist so soft. Hey, smart guy. This area is off limits. Do you understand that? Yes, I do. Yes, I do. Das ist das, was so wrong. Da kam ich noch vorhin. Aber auch keine Sicherung. Obel ist hoi. Wie schön. Für uns Kasten. Die Suche nach der Nadel im Feuerhof. Das ist das. Wenn wir rechts rum gehen. Kommen wir auf den Weg. Wenn wir rechts rum gehen. To try and it is not a crime. Kommen wir auf den Weg. Hey, doctor? Dr. Das ist wieder das selbe Haus. Sorry sir, got orders. Can't let you through. Sorry for the inconvenience. Tja, dann bleibt jetzt noch die Küche übrig. Tschüss. Was ist das? Oh! Willkommen. Bitte folgt die gröre Linie zum Sicherheitscheck. Danke. Danke. Hey, it's me. Sorry to wake you up, but I think I forgot to turn off the coffee machine when I left. Fuck. Danny moin. Kick weg, ich grüß dich auch moin. Fuck my life, wo ist denn die hässliche Sicherung versteckt? No, I'm not meeting him at the apartment. He went straight to the restaurant. Was verändern an dem Game? Hitman. Mit einer 3 am Ende. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020